Hallo, hallo, grüß euch. Hier geht es um Baric Gold. Es hat ja einer noch ungefähr ein bisschen mehrere Daten hier verlangt. Bei mir ist es ungefähr so, ich habe aktuell 500 Stück. Ja, 500 Stück und bin aktuell mit 1400, also ich runde das mal ab und auf, ungefähr Euro im Minus. Ja, ich muss das heute mit Hilfsmitteln machen, weil ich bin nämlich hier mit meinem Laptop. So, mein Haupt-PC fädelt sich gerade ab. Das heißt, mit anderen Worten, ich müsste hier ungefähr um drei, wir sind aktuell circa um drei Euro steigen, damit ich Break-Even mache. Steigen, so. Und wir sind aktuell mehr oder weniger bei 20 Euro Stückkurs. Okay, so. Wir können das nochmal ganz kurz. Ja, also das heißt, bei 23 Euro, das heißt, wir müssen nicht mal bis ganz zum Hoch vom Mai. Wenn wir da angelangt sind, dann bin ich Break-Even und dann werde ich auf jeden Fall die Held-Wer-Position rausnehmen, mindestens. Das war's. Bis dann. Ciao.